Musik Willkommen bei Lichtblicke, das Magazin für Lebensfragen. Die Frage nach der rechten Ernährung ist für viele Menschen heute eine Lebensfrage geworden. Der Mensch isst, was er isst. Diese Redewendung ist aber schon mehr als 150 Jahre alt. Und auch die großen Religionen haben sich ja daher mit der Frage beschäftigt, welches Essen und vor allem in welchem Maße es für den Menschen gut ist. In der Schöpfungsgeschichte der Bibel erhalten Adam und Eva zunächst nur die Erlaubnis von den Früchten des Feldes und der Bäume zu essen. Von tierischen Produkten ist er später die Rede. Und um die von Gott geschenkte Nahrung bewusster genießen zu können, verflitteten sich die Gläubigen zu regelmäßigen Fastenzeiten. Zunächst im Christentum, später auch im Islam. Du bist, was du isst. Wie christlich ist unsere Ernährung? Das Thema unserer heutigen Sendung. Im Studio zu Gast Hermann Witter aus Karlsruhe. Herr Witter ist Pfarrer und leitet den kirchlichen Dienst auf dem Lande in der Badischen Landeskirche. Willkommen, Herr Witter. Guten Tag. Herr Witter, gibt es eigentlich im Christentum konkrete Speisevorschriften? Das ist eine frohe Botschaft. Es gibt im Sinne von Vorschriften keine. Es gibt, wenn man denkt, es gibt Straßenverkehrsvorschriften, es gibt Bauvorschriften, es gibt Verwaltungsvorschriften. Aber die Bibel macht uns keine Vorschriften. Sie gibt uns eher Empfehlungen, wann wir im Rhythmus der Jahreszeit und der Ernte dieses und jenes essen können. Und wie Sie schon in der Anmoderation gesagt haben, es gibt auch die Fastenzeiten. Gibt es da ein Beispiel für, zu welcher Jahreszeit man vielleicht gerade welches Nahrungsmittel essen sollte? Also in der Fastenzeit, da essen wir ja kein Fleisch. Oder auch freitags, das Freitagsgebot heißt, man sollte auch freitags kein Fleisch essen, dafür kann man ja Fisch essen. Und in der Fastenzeit gibt es dann ganz dezidierte Regeln, was zu essen ist oder was man nicht essen sollte. Sind solche Empfehlungen, sind die rein religiös begründet oder hängt da auch immer die kulturelle Herkunft mit zusammen? Also die kulturelle Herkunft hängt schon damit zusammen. Es gibt auch, ich denke mal jetzt an das Judentum, da haben wir natürlich auch in der Tora eine ganze Reihe von Speisevorschriften, dass man eine Trennung vornimmt zwischen Milchprodukten und Fleischprodukten. Wir kennen im Islam, dass kein Schweinefleisch gegessen wird wie im Judentum. Da gibt es schon also regionale, geografische Unterschiede. Und es gibt natürlich auch in der jeweiligen Religion dann noch bestimmte Einzelheiten. Stichwort andere Religionen, bestimmte Vorschriften, Gebote trennen ja die Religionen. Kann das gemeinsame Essen auch ein Aufhänger sein für eine Gemeinsamkeit, für einen gemeinsamen Dialog der Religionen? Also das finde ich gut. Als überzeugter Partner würde ich sagen, ja, das kann man sowohl als auch machen. Wir haben Geflügel als ein Medium, als etwas zu essen, das für alle Religionen gleichermaßen wertgeschätzt wird. Und von daher hat man da eine Basis, auf der man aufbauen kann. Und die andere Seite ist die, wir könnten ja auch uns einladen lassen, von den rituellen Nahrungsangeboten der anderen Religionen etwas zu uns zu nehmen, wenn wir eingeladen werden. Werfen wir doch einen Blick über den Tellerrand. Eine evangelische Frau aus Baden reist seit fast 40 Jahren nach Indien. Dort ist sie fasziniert davon, wie eng Religiosität, Spiritualität und Ernährung miteinander in Verbindung stehen. In Heidelberg hat sie dieses Herzensthema mit der Gründung eines eigenen Unternehmens zum Beruf gemacht. Essen ist Doris Maywalls Passion. Wenn sie davon spricht, wird schnell klar, dass es ihr bei diesem Thema um viel mehr geht als um die reine Nahrungsaufnahme. Eine gute Ernährung sieht frisch aus. Frisches Gemüse, frischen Salat und die Energie der Sonne drin und die Mutter Erde gibt uns das. Das ist einfach in frischen Sachen richtig toll zu spüren. Oft kauft sie auch Pflanzen und zieht ihr Gemüse selbst. Nicht nur die frischste, sondern auch die umweltfreundlichste Variante. Hab das Unverpackt-Thema ist sehr wichtig. Braucht keine Verpackung, hab keine Transportwege. Bisschen Wasser zum Gießen hat man immer. Inspiriert ist Doris Maywalls seit den 80er Jahren von Reisen nach Indien. Ihre Wurzeln sind evangelisch. Heute praktiziert sie auch nicht-christliche Rituale, denen sie im Hinduismus und Buddhismus begegnet ist. Um Spiritualität und Religiosität im Alltag zu verwurzeln, auch wenn es ums Essen geht. Alles, was sie zu sich nehmen, geben sie vorher ihrer Gottheit, welche immer das ist, als Opfergabe dar. Also wie bei uns das Erntedankfest, aber das machen sie täglich. Sie kochen für die Familie, dann nehmen sie ein kleines bisschen weg, machen sie ein Schälchen rein und bringen sie als Opfergabe dar. Und da habe ich gesehen, die Menschen, die trennen das nicht so. Also heute gehe ich zur Kirche und mache mein Spürteil, das Programm, und dann bin ich wieder im Büro und irgendwie, das war gestern und heute ist heute. Das ist ganzheitlich. Ein Schlüsselbegriff für diese Ganzheitlichkeit ist das Bewusstsein, sowohl in der Religion als auch beim Essen. Und da ist mir auch sehr klar geworden, dass man nicht während dem Essen redet oder Fernsehen guckt oder Smartphone bedient, sondern dass man sich bewusst ist, bewusst über das, was man gerade isst. Seit vielen Jahren überträgt Doris Maywald ihre Philosophie zum Thema Ernährung auch in die Produktion. In ihrem Heidelberger Unternehmen für Bioprodukte kommen die Mitarbeitenden wortwörtlich mit Lebensmitteln in Berührung. Daher sollen auch sie einen Bezug haben oder entwickeln. Dass wir auch ein gewisses Bewusstsein haben, Bewusstsein für Lebensmittel, weil wir wissen, die Datteln wachsen bei uns hier nicht hinten auf dem Feld. Die kommen weit her, wir haben Menschen irgendwo gepflanzt erst mal, geerntet, haben einen Transportweg hinter sich. Und das braucht auch eine Wertschätzung, die wir auch weiter transportieren. Köstlich kommt also von Kostbar. Fruchtkugeln als zuckerfreier Snack werden hier produziert. Unter den Zutaten finden sich durchaus Exoten, die nach trendigem und nicht immer nachhaltigem Hype klingen. Deswegen haben wir jetzt ganz neu Hagebuttenpulver als deutsches oder europäisches Superfood eingeführt. Einfach um da entgegen drin zu sitzen. Es muss nicht immer alles aus Südamerika kommen. Für manch einen mag Ernährung in den letzten Jahren zur Ersatzreligion geworden sein. Für Doris Maywald sind Religion und Ernährung einfach nicht voneinander zu trennen. Für mich ist es sehr, sehr wichtig, die Ernährung. Und vor allen Dingen ist für mich eine Ernährung wichtig, die gewaltfrei ist. Weder Mensch noch Tier beim Thema Ernährung Schaden zuzufügen. Ein Gedanke aus dem Hinduismus. So einfach und doch für viele schwer umzusetzen. Im Alter industrieller Lebensmittelproduktion. Herr Witter, Religion, Ernährung. Wie hängt das für Sie ganz persönlich zusammen? Überspitzt formuliert, kann man sich Gott durch eine bewusste Ernährung nähern? Ich denke, es ist der Wunsch seit Jahrhunderten, Jahrtausenden von Menschen, dass man sich Gott nähert. Ich glaube, im Christentum haben wir da eine ganz besondere Annäherungsweise an den Glauben an Gott. Nämlich in dem, dass wir an Jesus Christus glauben. Und von daher sind wir ihm im Glauben nahe. Und trotzdem ist ja auch dieses Bewusstsein für das Geschenk der Speise von Gott auch etwas zutiefst Christliches. Was gibt es da für Bräuche, für Rituale, in denen man sich das immer wieder bewusst machen kann, dass Nahrung auch ein Geschenk Gottes ist? Ich glaube, eines der Instrumente, das uns ganz deutlich zeigt, dass das, was wir essen von Gott, ist, dass wir unseren Dank an Gott richten. Im Tischgebet zum Beispiel. Dieses Tischgebet finde ich jetzt sehr vernachlässigt in der letzten Zeit. Aber ich meine, es ist ein gutes Mittel, das uns darauf hinweist, dass nicht wir immer was leisten müssen. Dass wir nicht immer im Zentrum der Welt stehen, sondern dass wir was geschenkt bekommen und dadurch diesen Dank an Gott weitergeben können. Durch diese Art, wie wir danken. Es gibt auch ein Fest im christlichen Jahreskalender, was sich besonders mit der Ernte verknüpft. Das Erntedankfest, auf das Sie ansprechen, ist natürlich dieses Highlight im Erntejahre der Landwirtschaft, wie auch, denke ich, der ganzen Bevölkerung. Denn das ist ja auch der Sinn, der Ursprung dieses Festes. Die Menschen möchten ihre Existenz sichern und dieses lebenswichtige Danken, dass wir wieder was haben, das uns über den Wind erreicht und für das nächste Jahr wieder Hoffnung schöpfen lässt. Das kommt im Erntedankfest zum Ausdruck. Und deswegen ist das Erntedankfest eines der bestbesuchten Gottesdienste, die wir im ganzen Kirchenjahr haben, außer Weihnachten. Heiligabend selbstverständlich. Erntedankfest, da sieht man die Produkte vor dem Altar liegen, die auf dem Land produziert werden, von Gott geschenkt wurden. Im Zeitalter der industriellen Produktion ist da vielleicht auch die Verbindung von Ernährung, Religion etwas verloren gegangen, weil man nicht mehr so direkt dran ist an den Produkten? Das kann schon sein. Ich glaube auch, dass durch die Entfremdung, wie wir auch heute diese Lebensmittel einkaufen können, in Chicken McNugget oder in Fischstäbchen oder was alles die Fertigprodukte hergeben, da erkennen wir nicht unmittelbar dahinter das Geflügel, das geschlachtet wurde. Wir erkennen nicht mehr das Rindfleisch, das Rind oder das Schwein, das dahinter steht. Auch im zentralen Gebet der Christenheit heißt es ja an zentraler Stelle, unser täglich Brot geben wir uns heute. Was heißt das für unser Thema, dass diese Bitte so ganz zentral im wichtigsten Gebet der Christenheit steht? Also für mich ist es ganz wichtig, was dann danach folgt. Da heißt es, unser täglich Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld. Und diese Verbindung zwischen dem täglichen Brot und der Schuld, die wir möglicherweise auf uns laden, hat ja was mit unserer Ernährungsweise zu tun. Wir essen ganz viel Fleisch. Wir kaufen die Lebensmittel auf dem Weltmarkt ein. Deutschland hat einen Import von Lebensmitteln von 81 Milliarden Euro. Und wir exportieren nur für rund 70 Milliarden Euro. Das heißt, wir kaufen mehr ein, als wir eigentlich produzieren und brauchen. Das heißt, das bedeutet, wir haben einen Wasserimport zum Beispiel von den armen Ländern dieser Welt. Wir können es uns leisten, einzukaufen. Und das hat möglicherweise auch was dann mit der Klimaerwärmung zu tun, und mit all den unschönen Eigenschaften, die wir zurzeit zu tun, mit denen wir es zu tun haben. Deswegen vergib uns unsere Schuld. Gott sei Dank gibt es auch mehr und mehr Initiativen, die da etwas gegen machen wollen, die sich nicht abfinden mit diesem Weltsystem der industriellen Ernährung. Was gibt es da vielleicht auch gerade im kirchlichen Kontext für Ansätze, die man unterstützen kann? Es haben sich schon von Anfang an viele Christen darüber Gedanken gemacht, wie man schöpfungsverträglich arbeiten und handeln kann. Das ging in der Landwirtschaft schon von Anfang an los und hat sich verstärkt zu Beginn oder Mitte des letzten Jahrhunderts. Wir haben zum Beispiel hier in Baden mitgegründet diesen biologischen Landbau, der sich dann im Bioland weiterentwickelt hat. Wir haben im Greichgau dieses Greichgaukorn mit aus der Taufe gehoben, in dem Bauern versuchen, ihr Getreide möglichst ohne Chemie anzubauen. So haben wir ganz verschiedene Initiativen gegründet, damit diese schöpfungsverträgliche, bewahrende Eigenschaft weiterentwickelt werden kann. Eine Frage ganz persönlich. Erinnern Sie sich an eine Begebenheit, wo Sie gegessen haben, etwas gegessen haben, etwas Besonderes gegessen haben, wo in dieser Zusammenhang von Religion und Ernährung besonders deutlich geworden ist. Also, ja, wir machen ja immer wieder die Erfahrung, dass wenn wir in großen Gruppen zusammenkommen oder wenn wir dann ein besonderes Mahl feiern, dass das dann auch einen Gemeinschaftscharakter hat. Und dieses Gemeinsamverbindende mit zum Beispiel Produkten, die aus der Landwirtschaft kommen, aus dem unmittelbaren regionalen Bereich, das finde ich eine besondere Stärkung sowohl der Landwirtschaft, der Menschen dort in der Landwirtschaft, als auch für diejenigen, die es konsumieren und verarbeiten, also auch die Köche und die Köchinnen. Um mit einem gemeinsamen Tischgebet zu beginnen. Um mit einem, selbstverständlich, ja, um mit einem Kanon zu enden. Herr Witter, vielen Dank, dass Sie bei uns waren. Das war es für heute mit den Lichtblicken, das Magazin für Lebensfragen. Diese und viele andere Sendungen finden Sie übrigens jederzeit online auf unserem YouTube-Kanal www.ekiba.de YouTube. Bleiben Sie behütet.